Nachdem du eine angenehme und entspannte Haltung eingenommen hast, schließe die Augen. Lasse jetzt für ca. 20 Sekunden die Gedanken frei fließen, ohne sie zu beeinflussen. Beobachte nur, wie die Gedanken kommen und gehen. Nimm einfach wahr, was geschieht, wenn du deine Gedanken frei fließen lässt. Nimm die Rolle des Beobachters ein. Gib deinen Gedankenraum, sich auf der Leinwand deines Geistes zu entfalten. Beobachte sie einfach nur. Versuche nicht, den Prozess zu steuern oder zu bewerten. Mehr brauchst du nicht zu tun, als mit entspannter, ungeteilter Aufmerksamkeit zu beobachten. Stelle dir jetzt die Frage, was wird mein nächster Gedanke sein? Wie lautet er? Wie sieht er aus? Achte einfach darauf, nachdem du die Frage gestellt hast, was geschieht. Erzwinge nichts. Vielleicht kannst du beobachten, dass sich kein anderer Gedanke einstellen will. Oder, dass die Gedankenabfolge für einige Zeit zum Stillstand gekommen ist. Sollten wieder Gedanken auftauchen und sich in den Vordergrund drängen, gehe einfach einen Schritt zurück. Beobachte wieder deine Gedanken auf entspannte Art und Weise, bis erneut die Gedanken zum Stillstand kommen. Beobachte wieder deine Gedanken. Mit zunehmender Übung wirst du feststellen, dass der Zeitraum der Gedankenstille immer länger wird. Beobachte diesen Zustand und achte darauf, wie du dich fühlst. Vielleicht empfindest du ein Gefühl von tiefer Ruhe. Auch Leichtigkeit, Heiterkeit, Freude und Raum ist möglich. Lasse sich dieses Gefühl weiter ausbreiten und genieße es einfach. Verbinde dich entspannt und ohne jeden Zwang mit diesem Gefühl. Beobachte wieder deine Gedanken. wird diese Meditation mit einem Glockenklang beendet. Die Meditation mit einem Glockenklang beendet.